Wie war ihr Name? Harry Potter. Julie, freut mich. Als was arbeiten ihre Eltern? Rictus Sembra! Okay, scheint für sie ein heikles Thema zu sein. Mein Vater war ein großer Mann! Keine weiteren Fragen zu deinen Eltern. Auf welcher Schule warst du? Auf der Hauptschule für Hexerei und Zauberei. Geil, zeig mal nützlichen Zaubertrick. Oh ja, der ist im Winter nice. Haben sie auch Haustiere? Dobi? Was ist das denn? Dobi ist ein freier Elf. Und wie geht's dem? Ich will ihn begraben. Stimmt alles, was du anfällst? Ja. Und wieso? Das ist kompliziert. Ja, so kann man das auch nennen. Ich bin der Auserwärter. Also, das finde ich jetzt ein bisschen abgehoben. Du kannst mit Schlangen reden, weiß ich. Du glaubst, du kannst mit Schlangen reden oder kannst du es wirklich? Okay, also du glaubst es nur. Vertraut mir, ich weiß, was ich tue. Aber ich respektiere dein Selbstbewusstsein. Du hast den Job. Klasse. Deine Euphorie gefällt mir. Willst du morgen direkt anfangen? Okay. Okay, dann brauche ich nur noch hier eine Unterschrift. Ich besuche jetzt Hagrid. Wer ist Hagrid? Sag mal, wo gehst du hin?